hallo meine damen und herren wir haben heute den 20 oktober 2021 die tabakernte ist mehr oder weniger jetzt fast bis zum letzten blatt eingeerntet und eingebracht und hängt schon auf strippen zeige ich euch nachher übrigens wo die hängen also wie die hängen halt eben und mit welchen abständen ist aber eigentlich auch kein problem das ist intuitiv man hängt sie auf leinen halt eben beziehungsweise ich nehme zahnseide dazu halt eben man kann aber auch ganz dünnen draht nehmen und sie aufstaffeln ja und dann hat man halt so immer so drei vier zentimeter abstand von blatt zu blatt halt eben je nachdem und dann trocknen die tabakplatten aber darum geht es jetzt heute und hier nicht heute geht es um sowas genau und dass ich habe mich dieses jahr entschlossen den tabaksamen zu ernten so und jetzt zeige ich ihnen mal etwas das ist ein senfglas und dieses senfglas ist mit schütteln und machen und stampfen voll bis oben hin und hier sind genau exakt minimum eine million tabaksamen drin eine million in diesem senfglas hier schauen sie mal her in diesem becher befinden sich ungefähr vier millionen tabaksamen der nackte wahnsinn aber ich bin natürlich noch nicht fertig ich habe mir dieses jahr zum ziel gesetzt mindestens mindestens zehn millionen tabaksamen zu ernten ja wie kommt man zu dieser summe ganz einfach indem man die knospen oben in den letzten monaten oder im letzten monat mal dran lässt halt eben und blühen lässt und erwartet halt eben bis bis die knospen die reppen dann so dunkel ausschauen und dann kann man den tabaksamen da heraus machen und das geht relativ einfach das ist gar kein problem und das zeige ich euch jetzt aber bevor ich euch das zeige möchte ich euch mal wir haben heute westwind der zug fährt vorbei halben kilometer ich komme gleich wieder so das erste was ich euch jetzt zeigen will also da muss ich selber schauen die einstellung da ist ein weißes blatt papier hier ist eine präzisionswaage die auf dem zehntel genau tabak mist und da werde ich jetzt mal schauen dass sich es schaffe ein gramm tabak hat wurde erst auf 0 stellen ja da haben wir jetzt ich weiß nicht ob man zieht da haben wir zufälligerweise jetzt exakt ein gramm tabak so machen wir kontroll machen wir eine kontrolle immer wichtig dass man kontrolle macht das messgerät muss genau gehen ja wir haben ein gramm tabak und dieses gramm tabak schütte ich mal auf dieses stückchen papier verteile das ein bisschen und wie hoch wie viel schätzen sie wie viel tabaksamen das jetzt sind so laut wikipedia sind es 12.000 und laut allgemeiner fachleute meinung sind es 10.000 ich habe mir allerdings weil ich ja nichts glaube von vornherein ich habe mir die mühe gemacht zehn kleine tabaksamen auf ein häufchen zu machen mal zehn haftes zusammengetan waren 100 und dann habe ich alle häufchen so gemacht dass sie ungefähr so ausschauten wie diese 100 und tatsächlich ich kam auf 8900 also etwa 8900 circa 9000 samenkörnchen die ein einziges gramm tabak ausmachen das heißt also wenn wir jetzt mal berechnen halt eben wie lang ist die längste straße der erde das glaube ich die nordamerika da nord und südamerika straße da können wir dann auf jeden quadrat mit jeden meter können wir dann hinterher eine tabak pflanze pflanzen halt eben geld so machen wir natürlich nicht aber nur damit sie sich mal eine vorstellung kriegen halt eben wenn ich hier jetzt reingreife sehen wir bekommen sehen wir kriegen so eine kleinen kapseln und davon gibt es ungefähr so 20 30 stück pro tabak pflanze so und in jeder dieser kapseln ist ungefähr so zwischen 3.000 und 4.000 tabaksamen drin es ist der nackte wahnsinn und so wenn ich sage halt eben ich habe im moment glaube ich 5.000 5.000 428.000 tabaksamen 10.000 werde ich noch schaffen weil ich habe ja noch material genug das heißt also wenn sie ein einziges mal ihre tabaksamen geerntet haben dann haben sie für mindestens 15 jahre genug ach was heißt genug so sie können sie gar nicht aussehen tabaksamen normal im durchschnitt ich habe mich bei fachleuten kundig gemacht sollen ungefähr zwischen 5 und 15 jahre halten da gibt es noch welche die erzählen was von einfrieren mit 30 jahre aber das ist blödsinn das vergessen wir jetzt mal halt eben gilt das ist auch interessant außerdem ich bin 73 was soll ich auf 30 jahre rechne ich werde doch kein tabak einfrieren in meinem alter halt eben ja auf alle fälle wir können tabak also durchaus fünf sechs sieben jahre wenn er trocken ist aufheben und in einen durchschnittlich temperierten raum halt eben kann auch ein kühler raum sein auf bewahren wo aber nach möglichkeit kein licht rein kommt halt eben und was wichtig ist der tabak sollte trocken sein weil hier heißt es noch lange nicht dass das hier hundertprozentig der samen trocken ist und da habe ich mir folgendes ausgedacht ich habe gestern wenn sie hier ist das ist ein plastik löffel und wenn dieser samen auf einen kleinen plastik löffel schauen sie mal hier ohne dass irgendein was hängen bleibt abgeht dann ist der tabak trocken aber wie kriege ich den wirklich hundertprozentig trocken und das hier eine plastik löffel jedes einzelne dieser das sind jetzt ungefähr so eine halbe million sam dass die tatsächlich nicht hängen bleiben irgendwie ich habe eine bratpfanne genommen eine total entfettete eine saubere bratpfanne habe den tabaksamen den ich frisch gemacht habe auf diese bratpfanne so ungefähr so dick drauf gelegt halt eben habe auf stufe zwei gestellt auf den ofen nicht dass sie jetzt anfängt zu braten halt eben sondern wir wollen ja nur dass die bratpfanne heiß wird er warm wird sagen wir mal etwas mehr als handwarm halt eben da und dann habe ich einen plastik löffel immer in der bratpfanne rumgerührt das habe ich ungefähr so eine viertelstunde gemacht und dann ist der mir vom löffel gerutscht oder dass ein einziges korn hängen geblieben ist und da wusste ich aha jetzt ist der samen trocken jetzt kann ich ihn in einem behälter füllen zu machen wohl temperiert irgendwo im schrank rein stellen wo es dunkel ist halt eben und kann denn die nächsten fünf sechs jahre noch gebrauchen haben so das wäre eigentlich alles was ich euch mal kurz sagen wollte was mache ich mit zehn millionen mal ein quadratmeter was die fläche dann von bayern ist oder von baden württemberg glühende landschaften hat er kohl versprochen aber ich verspreche jetzt keine blühende landschaften das wollte ich nur jetzt mal ganz kurz einfügen halt eben wer sich also seinen eigenen tabaksamen machen will der sollte wenigstens bei einigen pflanzen halt eben die blüten stehen lassen und zwar bei den kräftigsten pflanzen wenn es geht halt eben da und bei mir ist es so ich weiß nicht was für sorten drinnen sind das sind fünf sechs sieben verschiedene sorten das ist alles gemischt ja und es macht ja auch nichts aus weil ich wisch ja sowieso mein tabak halt eben aber meistens ist es ja dunkler tabak halboli habe ich am liebsten geben also wie gesagt so könnt ihr euch euren tabaksamen selber machen in einem umfang den kein normaler mensch auf brauchen kann es sei denn er hat sehr komische idee darauf möchte ich aber jetzt nicht näher eingehen ja so das wäre es aus der von der tabakfront halt eben und jetzt zeige ich noch kurz wo meine blätter hängen und dann ja dann ist das video für heute erst mal erledigt zum beispiel hier in einen gang wo es bei mir in die werkstatt reingeht da hängen sie die sind schon fast alle trocken oder zum beispiel hier 10 10 reihen 45 bis 60 blätter gleich vorweg das ist jetzt natürlich nicht der ganze tabak der aus 100 pflanzen kommt sondern das ist mehr oder weniger schon wenn man grob sagt die dritte ernte die letzte video an einstellung zeigte übrigens meine vier tabak felder meine kleine vier tabak beete und jetzt sage ich noch etwas anderes das ist ein maulbeer baum und die blätter dieses maulbeer baumes verarbeite ich zu tee das gibt einen sehr schmackhaften tee und zwar so wie man tee normal zubereitet mit fermentieren und allem drum und dran halt eben und der ist den verschenke ich immer an leuten die mit jungs was mit zuckerkrankheit haben und da hat die haben diese maulbeer bäume ein ganz spezielles wirkstoff der angeblich zehnmal besser ist als alle medikamente aber das nur so nebenbei so und was willst du mir sagen el casu mio el ratto ja komm wir gehen wir gehen unter wir gehen in die pagode na schau doch mal her das ist die letzte katze die ich aufgehoben habe vom wurf die wurde jetzt beim arzt sterilisiert oder wie sich das nennt sonst haben wir nächstes jahr wieder zehn katzen los komm husch husch ab zack zack jo jo so dolle katzi jetzt machen wir feierabend hier das war's mal für heute auf die kürze und auf die flotte halt eben geld die frage falls jemand die stellt wie komme ich an zehn millionen tabaksamen ganz einfach nach 100 pflanzen das irgendwann später bei 50 pflanzen die blüten stehen bei den größten schönsten und du hast locker zehn millionen samenkörner ja ich weiß natürlich nicht ob jeder samenkorn zur tabakpflanze wird keine ahnung aber wenn man immer mal so über diese aussage kästchen drüber streut und man gibt sich mühe dass man möglichst irgendwie tatsächlich was mit abständen schafft was man überhaupt nicht schafft davon ist abgesehen halt eben gibt verschiedene möglichkeiten man soll es einmal in so eine kleine gießkanne tun und dann gießen da würde die sich besser verteilen die anderen reden von dem sieb oder vom salzstreuer ja gut kann jeder machen wie er will ich mache das immer mit den händen aber wenn ich immer sehe viel viel dort dann hinterher sprießen dann ist immer so eine ganze schale voll man könnte beinahe das gefühl haben dass jedes körnchen tatsächlich tabakpflanze kommt aber versteifen will ich mich darauf nicht aber nur so viel jetzt an informationen in sachen samen alles klar ich wünsche euch noch einen schönen dann muss ja nicht jemand sonntag sein für mich als rentner ist es sowieso pfeifendeckel egal ob sonntag samstag weihnachten oder ostern ist alles klar tschüss tschüss ach ja bevor ich es vergesse wie komme ich denn zu so astreine warte mal ich weiß nicht ob ich sehe so wie komme ich zu so feinen tabaksamen wo praktisch fast keine fremdstoffe drin sind das will ich ihnen jetzt mal noch ganz kurz zeigen Wie Sie sehen, Katze, schleich dich. Wie Sie sehen, habe ich hier ein großes Sieb. Das ist normalerweise eine Abdeckhaube, so wo man Essen abdeckt, wenn man draußen was macht. Und dieses Sieb, das ist relativ fein, das stelle ich jetzt da rauf. Jetzt nehme ich meine getrockneten Samenkapseln, tue die da rein. Und jetzt ist die Frage, will ich jede einzelne Samenkapsel aufmachen oder nicht? Um ehrlich zu sein, will ich nicht. Bei mir ist es egal, ob ich 10 Millionen oder 15 Millionen habe. Ich mache es anders. Ich wasche bei den Händen in Samenkapseln. So, Dalle. Das ist die schnellste Art, an Samenkapseln zu kommen. Ich kann natürlich auch jede einzelne, weiß nicht, wie man die Dinger nennt, aufmachen und hier raus machen. Dann habe ich ungefähr mindestens die drei bis vierfache Menge. Aber da ich genug von diesen Kapseln habe, mache ich es mir einfach und mache es einfach auf diese Art und Weise hier. So, das reicht jetzt erst mal. So, wo schütte ich es hin? Einen Moment, ich muss es wegschütten. So, was haben wir jetzt mit dieser etwas größeren Handvoll? Schauen Sie sich das an. Das können wir aber noch nicht so lassen. Wir nehmen das Ganze nochmal. Nehmen uns jetzt einen anderen Behälter. Packen das in einen anderen Behälter rein. So, Dalle. Und jetzt machen wir... Jetzt tun wir erstmal aus. So, Dalle. Und jetzt machen wir das mit diesen Tabaksamen hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Nochmal. So, Dalle. Und jagen das nochmal durch den Sieb. Wer will, kann auch ganz leicht pusten. Dann fliegen schon mal diese ganz leichten Schalen weg, weil die sind noch leichter als der, als das Tabaksamen. Aber man kann es auch sein lassen. So, Dalle. Was jetzt noch übrig bleibt hier, da sind vielleicht noch gerade mal so 5000 dabei. Aber das macht nichts. Können wir wegschütten. Basta. Und das machen wir genau dreimal. Wenn man so... Je nachdem, wie gut ihr Sieb ist. Ja. Und zum Schluss. Machen wir mal gleich mal gucken. So, Dalle. Das hatte ich vorhin vergessen zu erklären. So, Dalle. Seht ihr, da bleibt dann immer so ein bisschen Schalenmaterial übrig. Den schmeißen wir weg. So. Machen wir es noch einmal. Und dann werde ich Ihnen zeigen, was dieses kurze, was diese kurze Arbeit jetzt gebracht hat. So, Dalle. Das muss ein bisschen schnell gehen. Es wird dunkel. So, Dalle. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich das auf Null einstellen. Ja. Null. Das sind 13,9. 13,14,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25. Und das wird noch ein Gramm sein hier. Ja, 3 Gramm, 6,25,26 Gramm. Das sind also, wir haben jetzt hier 26 Gramm Samen. So, Dalle. Sie wissen, ein Gramm hat 10.000. Jetzt können Sie sich selber ausrechnen, wie viel 26 Gramm sind. So, Dalle. Alles klar. Habt das mitgekriegt. Also, wir können noch ein anderes Sieb nehmen. Hauptsache, es ist fein genug. Und wir machen das hier. Das ist jetzt ein relativ feines Sieb. Aber es gibt Siebe, die sind noch feiner. Da geht es natürlich mit zwei Durchgänge besser halt eben. So, Dalle. Alles klar. So habe ich also jetzt innerhalb weniger Minuten, habe ich jetzt, äh, was war das? 26 oder 26 Gramm Tabak Samen produziert. Hat keine vier Minuten gedauert. Tschüss. 26 Gramm. Jawohl, ja. 260.000 Tabak Samen. Ach ja, übrigens, äh, ja, was ich noch sagen wollte. Warte. Das Licht geht immer nicht. Ich habe Probleme mit dem, mit dem Monitor und dem Licht. Was ich noch sagen wollte. Äh, ihr habt doch alle Dennis seine Riesenpflanzen gesehen. Äh, ich glaube, Dennis hat auch Samen diesmal gezogen. Und, naja. Mal gucken. Vielleicht tauschen wir uns mal gegenseitig aus. Mein Samen. Und Dennis sein Samen. Mal gucken halt eben, ne. Wollte ich nur mal so ganz kurz erwähnen halt eben. Und der hat ja nun Riesenpflanzen halt eben. Ich war also, den seine Samen, die, die Pflanzen sind ja auch bis so, glaube ich, vier Meter hochgekommen halt eben, ne. Das ist natürlich auch exzellentes Saatgut halt eben. Allerdings hat er auch einen gut gedüngten Boden gehabt. Teilweise halt eben. Aber trotzdem, er hat Riesenpflanzen gehabt. Das wollte ich nur so nebenbei erwähnen halt eben. Okay. Jetzt mache ich Feierabend, weil es wird dunkel. Es wird unangenehm. Und, äh, ja. Das Abendbrot wartet auf mich. Tschüss. Klack, klack, klack.